Willkommen zur Rechtsprechung in 200 Sekunden, heute mit einem Fall des Bundesgerichtshofs. Ihm liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Da gibt es den T und er bittet den O, ihm sein Mobiltelefon zu überlassen, unter dem Vorwand damit ein Gespräch führen zu wollen. Das macht der O. Er denkt, das Mobiltelefon schnell zurückzuerhalten. Das passiert aber nicht. Der T nutzt einen Moment der Unaufmerksamkeit und läuft mit dem Mobiltelefon davon. Der O, ein guter Läufer, verfolgt ihn, das merkt der T. Er zückt ein die ganze Zeit dabei gehabtes Messer und droht dem O. Der lässt sich aber von der Verfolgung nicht abhalten. Schließlich gelingt es sogar mithilfe der Polizei, den T zu fassen. Die Frage der Strafbarkeit führt uns zu den Paragrafen 242, 244. Grundtatbestand, fremde bewegliche Sache, unproblematisch liegt es vor. Die Kernfrage und das Kernproblem liegt beim Gewahrsamsbruch, bei der Wegnahme. Und dort müssen wir schauen, fand das Ganze jetzt freiwillig statt, die Übertragung, also haben wir ein tatbestandsausschließendes Einverständnis oder war es ohne Einverständnis, dann hätten wir eine Wegnahme. Stichwort Exklusivität von Diebstahl und Betrug. Hier in unserem Fall, das sagt auch der BGH, muss man abstellen auf den Moment, wo die tatsächliche Sachherrschaft verloren wurde. Und jetzt ist die Frage, wurde sie verloren bei der ersten Übertragung, also bei dem Geben des Mobiltelefons an den T. Wurde dort schon der Gewahrsam übertragen? Der Bundesgerichtshof sagt, nein, wir haben lediglich eine Gewahrsamslockerung. Das kann man auch anders sehen, nämlich die Vorinstanz hat gesagt, Gewahrsamslockerung findet nicht statt, wenn es im öffentlichen Raum stattfindet und man einen Gegenstand schon ergreift. Dann ist der Gewahrsam schon verloren. Das kann man so sehen, es ist vertretbar, aber der Bundesgerichtshof, der sah es anders. Man kann ebenso sagen, selbst wenn wir eine Gewahrsamslockerung haben, dann bleibt jedenfalls aber der O immer noch mit Gewahrsamsinhaber, sodass wir auch keinen Gewahrsamsbruch hätten, jedenfalls nicht bei Übergabe. Dann findet der Gewahrsamsbruch aber statt, in dem Moment, wo er davonläuft. Also wäre das Ergebnis, wir haben in dem Moment, wo er davonläuft, eine Wegnahme. Der Rest des Tatbestands, der ist leicht behandelt. Wir haben schließlich auch noch eine Qualifikation. Das heißt, Paragraf 244, ein gefährliches Werkzeug hat er bei sich geführt. Der subjektive Tatbestand liegt unproblematisch vor, genauso wie Rechtswidrigkeit und Schuld, sodass das Ergebnis lautet 244 plus. Und die restlichen Paragrafen sind schnell besprochen. Formelle Subsidiarität bezüglich 246. 241 wird man verneinen müssen, ob er mit einem Verbrechen gedroht hat. Das lässt sich dem Sachverhalt nicht entnehmen. Wir haben aber eine versuchte Nötigung, denn es hat ja nicht funktioniert. Der O hat den T ja weiterverfolgt und schließlich eine Qualifikation des Diebstahls, nämlich einen räuberischen Diebstahl durch das Drohen mit dem Messer, der wiederum qualifiziert wird durch Paragraf 250 Absatz 2, sodass das Endergebnis lautet Strafbarkeit wegen schweren räuberischen Diebstahls nach Paragraf 250 Absatz 2 Nummer 1 Alternative 2. www. 2牛ijka.de 4 6 Vielen Dank.